Aloha, es ist Montag 16 Uhr, ne jetzt 18 Uhr, wir sind zurück bei Safings Complete, das geht so schnell, wir sind bei Yakuza 6, wir haben gerade erfahren, dass Haruka in der Tat in Hiroshima war, jeder wusste davon und vor allen Dingen Olle Kiyushan, war die, die Haruka im nächsten Stand und kein Wort gesagt hat bis jetzt. Nämlich mal, wie die Story weitergeht, ob wir jetzt den Charakter wechseln, weil das war jetzt Kapitel 4 und wir müssen jetzt in Kapitel 5 sein, mal gucken, wo wir rauskommen. Kapitel 5, Maske, oder maskiert, wahrscheinlich eher. Kapitel 5, Maske, oder? Kapitel 5, M Kapitel 5, Maske, oder? Kapitel 5, M Kapitel 5, Der Bl��� doll, war nicht wahr? Oh, unkoしてるんですよ 元気な証拠じゃ いいからまた変えたらんかい おー、びるびる、ばー なんでじゃ 頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが それはどういう意味じゃ、我? あー、もううるせーな 邪魔だからどっか行っててくださいよ 踊れ 頭に向かってその口の浮き方はなんなら 死後するで なんじゃ 少し慣れてきよったじゃないの こんだけしょっちゅうやらされてたら もう あー、はいはい、終わり よーし ちくしょう なんで泣くんだよ すまねえな、ゆうた ほう、やっぱり兄貴のところが一番落ち着くんかの どうだかな ほんとはこいつも 母親の腕に抱かれたがっているはずだ ああ、そのー、兄貴 はるかさんのことじゃが Ja, eigentlich war ich von Ihnen, und ich habe sofort einen Nachmittag gefeiert. Kiyo, was du? Das war nur so. Ich hatte keinen Kontakt. Ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt. Was ist das? Ich habe mich nicht erwischt. Es war mir so, dass ich mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich auf heute auf den Ropeway auf dem Weg nach oben. Ja, das ist das. Ich glaube, dass es mit uns zusammen ist. Kiyo-chan, ich glaube, dass es nicht mehr so gut ist. Was hast du gesagt, dass du so gut gemacht hast? Du hast es schon mal gemacht, dass du so gut gemacht hast. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, wenn ich mich nicht mehr so fühle. Nein, ich wusste schon von Anfang an. Du bist sofort in die Gesichter. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich weiß nicht, Haruto. Soll das? Bitte, bitte. Rungboden macht mich fertig, ne? In dieser Bude, oder? Also, ähm, ich hab immer noch Zeit, bevor ich Kiyomi treffe. Ich könnte mir vielleicht ein bisschen die Steine angucken. Also, äh, das, 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 ähm, das rumgelabert war gerade, dass sie sich um das Kind gekümmert haben und das Olinagumo war anscheinend nicht so geeignet dafür, dass ich... Alter, ja, ist ja gut! Ah ja, also die Person ist runtergefallen, hat sich leider verletzt, ne? Wie schade. Ähm, das, äh, die haben sich mit dem Baby unterhalten. Und das, das, äh, das, äh, und, äh, also anscheinend war Kiyo bei, bei, bei Olle, Olle Dingsbums in der Bar und die, äh, war aber nicht da, hat aber Notizen gelassen, dass ich abends in der Wopway Station Olle Kiyo treffen möchte und deswegen hat er jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Man kann sich derweil noch ein bisschen in der Stadt umsehen. Ähm, und ansonsten, äh, achso, da haben sie noch darüber geredet, dass wahrscheinlich auch Dingens, äh, nicht mehr weiter verheimlichen möchte, was es dann mit, äh, mit dieser ganzen Geschichte und dass sich, äh, die Wahrheit rauskommt. Und das ist, äh, vorher hat er allerdings der Bumster noch erzählt, dass er, äh, der ist aber schnell dabei, muss ich sagen. Das, äh, das, äh, das ist ja super darin war, zu verdecken, was, was Phase war. Na, da haben wir halt dieses kleine, kleine Public Feeling gehabt. Das hat irgendwie ein großer Gegensatz zu denen, wie die Tokio-Jakusa-Haltung miteinander umgehen. Alter, doch mal gut Geld hier. Ja, wenn sie mal Geld fallen, das dann lassen sie sogar gut fallen, Geld fallen, ne? Der weiße Anzug, das ist bestimmt noch der, nach der Geschichte ist noch ganz zu gut aus. Also tatsächlich fühlt sich so wie mit, mit den, naja, sie will ja über alles reden, aber sie will ja erst am nächsten Abend Kiyu treffen. Das klingt halt irgendwie sehr, so als würden wir sie ja nie treffen. Also das Geheimnis kommt ja nicht raus. Das ist halt so unnötiges, unnötiges Drama, ne? Oder aber, Als, äh, wo, dann, dann, also entweder treffen wir sie, ja, oder sie kriegt nur die Hälfte raus und wird dann erschossen, oder stürzt sich runter, oder aber es ist generell von Anfang an eine Falle. Oder irgendwie sowas in der Richtung, oder es ist halt irgendwie, naja. So, äh, in der Stadt umherschauen, hab ich eigentlich, achso, ich könnte einfach da auf der Straße laufen, na gut, dann, äh, machen wir aber hier eine Quest. Aber es klingt halt irgendwie sehr so, als würde es halt irgendwie nochmal, das kommt nicht raus, was wir wissen wollen, weil Gründe, Was ist das hier, ne? Ich finde, die Bäume sind ja so ein bisschen, bisschen verdorrt aus da, ne? Oh, ne. Oh, was ist das denn? Was ist hier los? Oh. Hm. Oh. Ha, nimm das! Wir sind noch nicht fertig mit dir. Tja, da hättest du, hast vielleicht gedacht, kannst du uns wegrennen, aber da hast du falsch gedacht. Das, äh, hättest du, hättest du kommen sehen müssen. Jetzt halt durch. Es war auch an der Zeit, dass wir das richtig stellen, nicht wahr? Na, warte mal. Hä? Was guckst du, ey, so doof, äh, Großviederchen? Hau ab! Ich bin mir nicht sicher, was hier los ist, aber das wäre genug. Meinst du das ernst? Du wirst wirklich nicht besser empfangen, wenn du dich einfach umdrehst. Verstehst du mich? Hm. Hm. Kennen wir den Dude? Geht's dir gut? Tu das nicht, alter Mann. Ich hab gesagt, ihr sollst wegrennen. Sie sind zu stark. Deine Zeit ist rum. Äh, ich bin es leid, diese alten Fucker zu sehen, die, die uns hier am Weg stehen. Wer seid ihr Typen? Wir. Wir sind die Gerechtigkeit. Wo soll ich das versetzen? Ach, die Typen sind wieder. Hey, ich bin Kumi, von Justice. Ja, das interessiert sich, wer du bist, aber du gehst jetzt direkt in die Hölle. Das ist was passiert, wenn man sich mit Justice anlegt. Jetzt stirb. Oh, die haben ganz schön kurze Lebensfunkelbalken. Ja, die ist schon lange tot, ne? Ja, das Ziel ist, nachdem ich so verprügelt werden werde, hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr. Versus Justice sucks. Du hast mich gerettet. Kennst du stehen? Ich hab dir gesagt, du sollst wegrennen, aber du bist da geblieben und hast gekämpft. Du bist unfassbar, alter Mann. Du solltest dir einen Arzt suchen. Nicht sofort. Erstmal muss ich laufen. Jo-san. Mann, diese verdammten Justice-Bastarde. Wie könnten sie sich das nur antun? Bist du dein Freund von ihm? Hey, du bist denjenigen, der Jo-san geholfen hat, nicht wahr? Vielen Dank. Er ist schon in Ordnung. Viel wichtiger ist, dass er hier abhaut. Wir wissen nicht, wenn noch mehr kommen. Alles klar. Es gibt ein Restaurant, das wir als Treffpunkt benutzen. Wir können uns da rüber gehen. Okay. Das sieht mir nach einem sehr seltsamen Ort zum Verstecken aus. Meine Schwester arbeitet hier in Teilzeit. Ich bin ein ziemlich guter Freund mit den Bar-Typen geworden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Freunde geworden sind. Seit wann ist meine Bar ein Versteck? Hey, Kiru-san, es tut mir alles hier sehr leid. Mein Bruder und sein Freund sind echt anstrengend. Hey, Masa. Ich kaufe etwas Medizin für Jo. Alles klar. Kiru-san, nicht wahr? Ich habe zwei Jahre vergessen zu erwähnen. Mein Name ist Masao. Jojima-san und ich sind gemeinsam zur Mittelstufe gegangen. Er war in der sechsten Klasse, als ich in der ersten war. Er ist eine große Legende hier in der Gegend. Er hat Onomichi für Jahre verlassen und ist erst verkürzt und zurückgekehrt. Und als er das getan hat, haben sich all diese jungen Punks in der Stadt richtig doll gefreut. Jojima-san ist all den ganzen Weg nach Tokio gegangen und ist als unfassbarer Mann zurückgekommen. Immerhin hat der Justice in Kamurocho gegründet. Nein. Was? Ich glaube, ich weiß, was du denkst. Dass diese Typen, die Jo-san verfolgt haben, auch von Justice waren. Hey. Ich weiß auch nicht so richtig, wie die Details funktionieren. Es scheint so, als hätte Jo-san kein sauberes Ende mit der Gruppe gehabt. Das ist warum Tag nach Tag die verschiedenen Mitglieder von Justice versuchen, Jo-san zur Fall zu bringen. Also er ist für den ganzen Weg von Kamurocho da hinherkommen? Du weißt, ich bin ihnen auch einem Kamurocho begegnet. Wer sind denn diese Typen? Äh, du bist das Kamurocho. Ich muss dir vorhin danken. Wenn du nicht gewesen wärst, wer weiß schon, wie die Dinge gelaufen wären. Du bist der einzige Grund, warum er noch lebt. Aber... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hast du dich in eine echt schlechte Position gebracht. What? Jetzt sind sie hinter dir her. Justice vergisst ihre, äh, Grolle nicht. Mhm. Was, was? Du hast Kome in Kamurocho gesehen, Kiyu-san? Ja, wir haben uns kurz nachdenken. Ah, ich verstehe schon. Kome ist der Strategieberater von Justice. Er ist der, äh, Anführer von Okadas rechter Hand. Oder so. Ah ja, der Typ, äh, war auch mit dabei. Äh, hat den Namen Regenbacher oder irgendwas. Er ist der, der dafür sorgt, dass das Geld regnet. Er ist eine Schlüsselfigur in Kamurocho. Die, äh, Kinder, die ihn anbimmeln, äh, haben eine Armee gebildet. Und diese Armee nennt sich Justice. Es war am Anfang nicht so, als ich angefangen habe. Eine Menge ist passiert. Okada und Nostos haben sich verändert. Und jetzt ist er eine ganz normale Straßengegend. Und das ist, warum ich dafür entschieden habe, zu gehen. Ziemlich genau, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich bis nach Onomichi verfolgen würden. Das war ziemlich naiv von mir. Es ist ein unbekannter Anruf. Wahrscheinlich diese Schläger von vorhin. Ja, hier ist Joe. Ja, ich war schon. Nein, der Typ hat nichts mit mir zu tun. Er weiß nichts über Justice. Warte mal, Abo. Sebastarde. Sie haben sich deine Schwester geschnappt. Was? Sachiko? Du kannst das nicht ernst meinen. Sachiko? Sie haben gesagt, wir müssen ihr Kiyu-san bringen, wenn wir sie sicher zurückhaben müssen. Das ist in Ordnung. Bring mich zu ihnen. Verstehst du nicht, was passiert? Wir können dich nicht übergeben. Justice macht keine Späße. Ich wette, sie haben 100 Leute da, die sich alle töten wollen. Also, würdest du sie retten, wenn es nur 10 werden, aber du kannst es nicht tun, wenn es 100 sind? Ich weiß nicht, mich interessiert nicht, wie viele sie sind. Es sind alle Abschaum, die ein Mädchen entführen. Und müssen vom Antlitz der Welt getilgt werden. Ich hole ein paar Freunde. Vielleicht so viele Punks, die hier wohnen, wie ich nur kann. Nur mal klar zu sein, das ist die größte Gang in ganz Japan. Weil ihr wisst ja, woher wir uns hier einlassen. Das spielt keine Rolle, wie groß diese Gang ist. Ich lasse dich zu, dass ihr uns so rumtrampeln. Es tut mir sehr leid, dass du dich zusammen mit reingezogen hast. Und für all diesen idiotischen Bullshit, den ich gerade erzählt habe. Vielen Dank an dich und Kiyu-san. Die Wahrheit ist klar. Wir müssen Sashiko retten. Und ich brauche euch beide. Nun, wir werden einfach anfangen, eine Gruppe zusammen zu holen. Also lass uns einfach anfangen. Ach, das ist jetzt das Group-Dings oder was? Ich hätte gedacht, das ist mit den Yakuza, aber das ist dann wahrscheinlich das Ding hier mit den Clan-Creator. Ah ja, na gut. Kann ich hier noch leveln? Double Kick-Step? Weiß nicht, ob das gut ist. Haben wir noch irgendwas Offenes? Oh, dann ist es das Ding gut. Ähm, ja, nee, super. Ach komm, wir sind wir das auch noch. Oh, wir sind dran B. Oh, das bis erst geht es gibt es bis erst, oder? Oh, Bus-Tidexion. Das ist mir auch gut. Yeah, ja, rang D. Da müssen wir noch mal eine Punkte alle sein, oder? Was kann ich mir noch holen? Was ist das hier? Elektromagnetik-Torture, also wieder so ein super nischiges Ding, was ich wahrscheinlich eh nie benutzen werde. Es wäre irgendwie besser, wenn es mir einfach anzeigen würde, was alles noch geht, ne? So, Juri. Dann kann ich aber gleich, wenn ich hier so schon mal mit dem Restaurant bin, kann ich gleich noch mal essen gehen. Hallo, ich nehme noch mal alles. Oh, das klingt so fast voll. Dann trinken wir noch mal. Ich kann keine zwei Weine. Ach, ich kann zwei Weine trinken. Oh. Sechs Alkohol ist gar nicht mehr so wenig. So, wir können aufbrechen. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit für den Kampf, der kommt? Ja, ich bin bereit. Dann lass uns gehen. Das sind genauso viele, wie ich erwartet habe. Sie müssen erwartet haben, dass wir uns wehren. Wir haben auch eine ziemlich große Armee. Es gibt vielleicht mehr von ihnen, aber wir könnten gewinnen, wenn wir vorsichtig sind. Wie ihr seid, das ist unser Kampf, Kiyosan. Ich wollte dich nicht so tief mit reinziehen. Ah, keine Fahrräder. Aber jetzt, wenn ich noch mal nachdenke, unseren Team fehlt uns ein bisschen an Führerschaft. Wenn wir einfach direkt reingehen, dann haben wir keinen, wenn wir uns definitiv vernichten. Also, Kiyosan, ich dachte, wir können uns vielleicht ein paar Befehle geben. Oh nein, ich weiß, was das für ein Minispiel wird. Das gab es einen zweiten Teil auch. Wie soll das funktionieren? Nun, ähm, du schaust einfach nur diesen Kampf an und sagst uns, was wir tun müssen. Und wann? Ich bevorzuge es eigentlich, lieber selber ranzugehen. Aber okay. Das ist unser Feind. Dieser Kampf ist nicht mein, da zu kämpfen. Alles klar. Dann lass uns das tun. Das ist genau das gleiche Minispiel, was sie in Yakuza 2 auch hatten mit, 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 mit Majima, mit seiner Baustelle. Clan Creator Battle. Äh, End the Cooperation of Justice. Oh, das werde ich nicht machen. Du bist der Clan Commander. Baue deinen Clan auf. Oh ja, super. Äh, Rules of Engagements. Äh, you can do, you keep an eye of remaining enemies. Choke points and crush them. Du kannst Leute deployen. Low-Cost-Option-Soldiers. High-Cost-Leaders. Soldier-Typs. Ja, ich will das nicht. Also, ich werde jetzt diesen ersten Kampf machen und dann... Achso, die Kostenpunkte. Okay, gut. Mhm. Was? Was? Ähm. Kann ich den platzieren? Achso, jetzt krieg ich den noch heilen. Ich mach mal so schnell alleine. Hast du, der halt alle Seite über sich herum. Das ist natürlich auch praktisch, oder? Aber er macht aber okay. Dann können wir ihn ja noch verschicken. Ich glaube, ich hätte ihn... Ich glaube, ich hätte den Brecher als erstes vorstücken müssen. Ultimate Dropkick. Das würde ich voll verschwenden, weil jetzt hätte ich auf den Gegner schon einen Anführer bringen müssen. Könnt ich den zurückschicken? Nee. Ach nee, das R hier ist der... Ach, ich kann mehrere von denen... Achso, von den Großen kann ich mehrere schicken. Achso. Das sind ja gerade generische Typen. Und das sind die Guten, die irgendwas können. Okay, ja, okay, ich verstehe. Und die Lieder... Okay, gut. Ich hätte ja quasi eigentlich die Schläger vorschicken müssen, die Breiten, die das tanken und dann die anderen Typen das machen lassen. Es sind alle jetzt toll gelevelt. Das ist absolut klasse, aber ich glaube, ich werde das einfach ignorieren. Äh, ja, super. Wir haben es, äh, haben sie alle geschafft. Du wirst ein echter Boss, Kiyosan. Du verdammter Bastard. Denkst du nicht, dass du einfach so, äh, damit wegkommst, mit dem, was du meinen, meinen Männern angetan hast? Weil, weißt du, ich finde Justice, mit diesen tausenden von Soldaten, die wir haben, sind wir unaufhaltsam. Die Befehle kommen von ganz oben. Wir werden euch so oder so zerquetschen. Ich wünsche, ich hätte es nicht dazu kommen lassen müssen, aber die gibt es letztens keine Wahl. Lass mich helfen. Ich kann diesen, äh, ich kann diese Übung ganz kurz gebrauchen, ein bisschen Rost abzuschütteln. Außerdem, ich will diesen Punk seine Lektion erteilen. Justice wird das hier nicht einfach so geschehen lassen. Es ist Zeit, zu sterben. Ich sehe ein Fahrrad. Können wir hier noch mehr Fahrräder? Ja. Ich klinge ganz schön auf den Sack. Naja. Auch ein schönes Bild. Nun, jetzt können wir uns wohl nicht mehr zurückziehen. Es ist, ich habe entschieden. Justice wird untergehen. Und was den Regenmacher angeht, ich werde dafür sorgen, dass er die Wahrheit sieht. Damals, in allen Tagen, waren er und ich beste Freunde. Kamurocho war unser üblicher Treffpunkt. Aber zu der Zeit war die Stadt voller junger Schläger, die, äh, mit verschiedenen Gangs in verschiedenen Farben, Typen wie die Bloody Eyes und die Bluesies, so jung wie sie auch waren. Die, äh, Farbgangs haben die Stadt beherrscht. Kamurocho war ihrs und ihrs alleine. Und ohne ihre Erlaubnis könnte man nicht einmal atmen. Sie waren ziemlich, äh, ziemlich genervt davon, dass Rainbick und ich ihnen nicht beigetreten sind. Also haben sie unsere Freunde angegriffen. Nur um es dazu zu bringen, ihren dummen Gangs beizutreten. Okada und ich, äh, wollten uns nicht einfach ergeben. Wir haben uns dazu entschieden, zurückzukämpfen. Und das ist, warum wir Justice geformt haben. Man könnte aber sagen, äh, Justice sieht mehr und mehr aus wie die, äh, Farbgangs von damals. Also eine Organisation, die sich dazu entschieden hat, die Gangs zu destroyen ist selber entgegen geworden. Ein bisschen ironisch, muss ich sagen. Also, was ist jetzt los? Wenn wir versuchen, sie aufzuhalten? Nun, dass wir uns in ihre Pläne eingemischt haben, äh, wird sich Justice nicht zurücklehnen, bis wir alle tot sind. Sie werden wahrscheinlich die sechs Wahnsinn hinter uns herschicken. Die sechs Wahnsinnigen? Das sind die Anführer von Justice. Um ihre Organisation zu, äh, unterstützen, hat, äh, Okada hingemann Geld umhergeworfen, sie gekauft. Selbst seit sie Justice, äh, beigetreten sind, ist es eine schreckliche Ganggeburt. Von was ich so sagen kann, ist jeder von ihnen ein starker Kämpfer wie du, Kiyosan. Weißt du, starke Kiyosan? Unmöglich. Die sechs Wahnsinnigen. Bam, 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 bam. Yo. Meine schluten sechs Wahnsinnigen. Sind wir alle hier? Ja? Gut. Nun, es sieht so aus, hätten wir ein kleineres Problem gefunden. Was für ein kleineres Problem reden wir hier von? Ich bin relativ beschäftigt. Haben sich die Cops mit euren Jungs angelegt? Nicht wahr? Oi, oi. Da wird's dann noch zu ein paar guten blauen Flecken kommen, wenn das alles ist, was wir uns rufen als Komai. Nein, es ist wegen Joe. Woher weißt du das? Ich hab gehört, du hast deine Kuh zusammengestellt und wolltest ihn aus dem Leben nehmen. Was hast du da bedacht, Komai? Das ist nicht deine Verantwortung. Okada hat uns gesagt, dass wir Joe allein lassen sollen. Hast du jetzt einfach Befehle ignoriert? Ganz ruhig, das war alles gar kein Problem. Die Leute müssen einen Preis bezahlen, sich von uns abzuwenden. Das zählt auch für Joe. Er mag vielleicht unser Gründer sein, aber dessen kommt er nicht so leicht weg. Das ist seine Großorganisation, erinnere ich daran. Wir müssen ein gutes Beispiel setzen. Da haben wir einen Punkt. Also, was ist das Problem, was wir gefunden haben? Um es kurz zu machen, Joe war in der Lage, das Quattro zu besiegen, das ihn zerstören sollte. What? Nach seiner Flucht ist er zurück in seine Heimatstadt Onomichi gelaufen. Das sieht so aus, hätte er dort ein paar lokale Freunde, die ihm davor geholfen haben, durchzubrechen. Das ist kein kleines Problem, Komei, das ist ein totaler Fehlschlag. Du ziehst den Namen von Justice in den Schmutz. Das tut mir ganz so leid. Hey, Yano, hier, was geht? Ich brauche hier unten eine Onomichi. Nochmal bitte? Ah, da kann ich wohl nicht nein sagen. Aber wenn kein Gap mehr übrig ist, dann werde ich nicht daran, mit Zögern abzuhauen. Das ist für mich okay. Du bist einer der sechs Wahnsinnigen. Ein Fehlschlag ist keine Option. Wenn das ging in den Baum first, das werde ich dir in den Arsch treten. Was er meint, ist, dass du aus der Gruppe fliegst, wenn du das Fehl schlägt. Das ist die Regel von Justice. Das weiß ich doch schon alles. Halt euer Maul. Ich kann mich daran erinnern, nach einer Änderung zugefragt zu haben. Nun, ich sollte wahrscheinlich anfangen zu packen. Das hast du ja wirklich ganz schön hintereinander gebracht, Joe. Ja, okay, super. Willst du ein neues Team gründen? Ja, Justice schickt uns die sechs Wahnsinnigen daher, ohne einen Zweifel. Wenn wir gegen sie kämpfen wollen, dann brauchen wir auch eine Armee, um eine Verteidigungskraft zu gründen. Alles klar, dann machen wir ein Team mit Joe als unser Anführer. Wir werden sogar größer als Justice. Nein, ich bin kein Anführer mehr. Aber dann... Kiryu-san, wirst du unser Anführer sein? Ich twitz mich, was? Ja, Justice ist riesengroß. Also brauchen wir ein Team, das genauso groß ist wie sie, um gegen sie zu kämpfen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so erfreut, Leute zu managen. Mit mir, äh, ganz oben gibt es keine Möglichkeit, dass wir es tatsächlich schaffen, Justice zu besiegen. Wenn wir gewinnen wollen, dann brauchen wir deine Führung, Kiryu-san. Bitte. Leidens deine Stärke! Ich weiß das Angebot ja sehr zu schätzen, aber es gibt andere Dinge, auf die ich mich gerade kümmern muss. Bitte. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber ich muss das richtig stellen. Ich muss, äh, Okada zu bringen, aufzuwachen. Er ist, er ist mein bester Freund. Ich weiß, dass er das Ziel aus den Augen verloren hat, aber ich kann dich nicht einfach so zurücklassen. Ah, das klingt sehr vertraut. Na gut, ich werde dir helfen. Jetzt, äh, heb deinen Kopf wieder. Kiryu-san, ich danke dir so sehr. Mit dir an unserer Seite wird das Team unaufhaltsam sein. Aber was mit unserem Namen? Irgendwas Cooles wäre gut, oder? Warte, wir brauchen einen Namen? Ja, denk doch mal nach. Jedes berühmte Team hat ein, ist irgendwie wiedererkennbar. Wir müssen sicherstellen, dass er, äh, ich denke, dass er ein guter ist. Vielleicht etwas Englisches, wie Justice, ähm. Ah, wir sollten wahrscheinlich einen Anführer entscheiden. Ich? Ja, du bist der Kopf unseres Teams, Kiryu-san. Also, sollst du unser Name das irgendwie repräsentieren? Wir sollten mit K.2006 gehen. Oder die Kiryu-Revolutionsarmee. Das könnte ja ein bisschen oldschool sein, allerdings, ähm, ein Teamnamen, das meinen eigenen inkludiert. Meinen eigenen, Kiryu-Kai. Wie wär's mit dem Kiryu-Klan? Äh. Stimmt damit was nicht? Ich dachte, diese Art von Gruppen waren immer, wenn immer, irgendwelche Clans der Familien. Ja, ich verstehe mich nicht falsch, aber das klingt ein bisschen nach Yakuza. Ja, ich denke, das ist großartig. Unser Anführer hat einen exzellenten Geschmack. Das ist der Anfang des Kiryu-Klans. Derjenige, der Justice zu den Knien bringen wird. Nicht nur, wenn wir unsere Heimatstadt und Okonomichi beschützen, wir werden noch dafür sorgen, dass wir Kader aufwarten. Alles klar, wir liegen los. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Also, ich bin jetzt der Teammanführer. Was genau heißt das? Alter, das höre mich auf. Gib uns ein Befehl in den Kampf, Kiryu-San, genau wie du es vorher getan hast. Davon abgesehen, es ist an dir, den Kiryu-Klans zu organisieren. Organisieren? Ja, wir haben aktuell nicht besonders viele Mitglieder, aber wir wachsen mit jeder Minute. Und wenn wir das tun, brauchen wir einen starken Anführer, der alles in Ordnung hält. Das ist, wo du ins Spiel kommst. Du musst unsere Stärke gut einsetzen und das Team effizient organisieren. Aber warum muss ich denn alles machen? Es wird wahrscheinlich ein Team basierend sein wie mein ehemaliger Arbeitsplatz. Denkst du, das wäre okay? Ja, was auch immer du tun möchtest. Bin bei, Kiryu-San. Wo genau hast du gearbeitet? Es wäre besser, wenn du das nicht wirst. Okay, alles klar. Nun dann, es ist Zeit, den Kiryu-Klans zu organisieren. Wenn du immer deine Mission starten möchtest oder die Teamstruktur anfassen möchtest, dann lass es mich wissen. Kiryu-San, ich möchte dir wirklich danken, dass du mich gerettet hast. Ah, das war nichts. Ich bin nur wichtig, dass du wieder in Sicherheit bist. Ich auch. Außerdem, Kiryu-San und mein Bruder haben mich wirklich in dieses Team-Ding hier gebracht. Tut mir leid. Ja, das stört mich nicht. Ich habe gerade zugestimmt, also werde ich schon was rauskriegen. Hast du dir natürlich dafür, dass Kiryu reingebracht wurde. Wie noch sei, es ist mein erstes Mal, dass ich mich mit jungen Typen wie Ihnen auseinandersetze. Wie finden wir neue Mitglieder? Ich glaube, der Barkeeper weiß das. Er war der Anführer eines riesigen Teams damals in seinen Tagen als Steger auf der Straße. Das klingt nach Erfahrung. Nicht wahr? Sachiko, wie kannst du so wenig Respekt zeigen? Ich muss dich noch für mein Eid verklagen, aber Kiryu-San meint, er braucht neue Mitglieder für sein Team. Ach ja? Tja, das ist ein echtes Problem. Hau sie einfach nur zusammen. Nagel? Willst du das zusammenhauen? Ja, genau. Du siehst da diese Kids, die hier in der Gegend rumrennen und so tun, als würde ihnen alles gehören. Das ist einer der Nachteile des ländlichen Lebens. Sie alle denken, sie wären die Größten hier in der Gegend. Also wenn ein paar von Ihnen noch einen Arsch aus Kiryu-San, dann werden sie ja nur, kann man nichts folgen. Das ist ganz schön gewaltvoll, oder? Kiryu-San, du bist ein verdammt fähiger Kämpfer. Das ist allen Leuten klar, die die Erfahrung haben. Wenn jemand, der kämpfen möchte, dich sieht, dann gibt es keine Möglichkeit, dass sie wieder stehen können. Denkst du das? Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Absolut. Ich, selbst ich, komme hier in die Laune. Wir haben gerade keine Zeit dafür. Ich mache doch nur einen Scherz, aber ernsthaft. Versuch's einfach mal. Du wirst der Potenzial mit dir in deiner ganzen Stadt finden. Wackelt. Jo. Okay, wir können neu rekruten. Onomichi hat lauter blutdurstige Punks und Steger und Hooligans, die sich zu einem Kampf herausfordern, wenn du sie näherst. Wenn du sie in ihren Zürer irgendwie am Platz verweisen kannst, dann werden sie Kyus Kraft respektieren und seinen Clan beitreten. Ähm, wenn du proaktiv damit bist, deine Dominanz über die Stadt zu etablieren und die starken herausforderst, kann Kyo seinen, seinen Clan-Namen bekannt machen. Oh, ich muss mich bald mit Kyomi treffen. Das ist immer noch ein lichter Tag, Alter. Wir sollten uns oben bei der Warpway Station treffen. Ich sollte wahrscheinlich drüber hingehen. Ich glaube, vorher probiere ich das hier aber noch ein bisschen ab, ne? Vorher essen wir erstmal nochmal. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es denn... Oh, war zu viel? Ups. Ich habe jetzt schon wieder Hunger, ne? So. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Yakuza 6. Macht's gut an. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.